Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute für die Anlachen-Ticket und heute haben wir das Spiel Dragon Trail Hunter World. Viel Spaß! Okay, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Das hier. Ich habe das Spiel schon gespielt. Und es heißt auch, dass das Spiel das ja schon gespielt habe, aber mich nicht mehr einloggen kann. Komisch. Ich glaube, ich hatte einen Schattentänzer damals, genau. Oh, Schattenjäger. Gut, dann starten wir mal das Ganze. Aber auch doof. Dass ich meinen Account nicht wieder aufrufen kann. Doch steht immer, ich kann mein Facebook Account nicht mit dieses Spiel verbinden. Weil es schon verbunden ist. Also es läuft nicht flüssig, so wie es aussieht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also so macht das Spiel keinen Spaß. Okay, es wird flüssiger das Spiel. Okay, es wird flüssiger. Okay, es wird flüssiger. Okay, es wird flüssiger. Es wird flüssiger. Okay, dann gehen wir mal auf die Einstellung. Okay, wir machen mal auf Niedrig. Okay, dann gehen wir weiter. Das ist für eine schöne Diashau. Okay, dann gehen wir weiter. 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 So, ich werde gleich mal das Spiel beenden. Das Spiel scheint gut zu sein. Ist irgendwie nur richtig laggy. Ich weiß nicht, wie es auf dem Handy ist das Spiel. Jetzt können wir erst noch gegen das Haustier. Okay, dann gehen wir weiter. Ich glaube, ich glaube, ich schlafe da jetzt mal runter. Oh, was ist das? Okay. 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 So, jetzt ist alles abbrechend. Okay. 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 Okay.